Meine Lieblingszeitung ist die Allgemeine Zeitung und die lese ich jetzt digital. Bleiben auch Sie immer und überall auf dem Laufenden. Entdecken Sie das E-Paper bereits am Vorabend. Top aktuelle Nachrichten in der News-App und exklusive Plus-Inhalte auf allgemeine-zeitung.de. Und das Beste, ein neues iPad oder Samsung-Tablet gibt's gleich mit dazu. Die Allgemeine Zeitung. Digital, regional, unverzichtbar. Jetzt bestellen unter allgemeine-zeitung.de slash tablet. Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 9. April. Bundeskanzler Olaf Scholz war zu Gast bei der VRM in Mainz. Das Zentrum Rheinhessen hat eine neue Anschrift. Und die SPD gibt in der kommenden Woche ihre Kandidaten für die Kommunalwahl bekannt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Das Zentrum Rheinhessen hat eine neue Anschrift 15 Fahrminuten vom alten Standort in Mainz entfernt. In Ingelheim im Gewerbegebiet des Stadtteils Heidesheim hat der AfD-nahe Verein ein neues Zuhause gefunden. Dort sind künftig auch die Büros der rheinland-pfälzischen AfD-Landesgeschäftsstelle, der Kreisverbände Mainz und Mainz-Bingen, sowie die Wahlkreisbüros der Abgeordneten Sebastian Münzenmayer und Damian Lohr untergebracht. Am neuen Standort sollen keine öffentlichen Veranstaltungen stattfinden, teilt der Vorstand des Zentrums mit. Das Zentrum Rheinhessen sorgte in den vergangenen Monaten wiederholt für Schlagzeilen. Bis vor kurzem war der Verein gemeinsam mit den AfD-Büroräumen noch im Hechtsheimer Gewerbegebiet ansässig. Laut Verfassungsschutz hatte sich dort in kürzester Zeit ein zentraler westdeutscher Vernetzungsort entwickelt, zwischen der AfD, ihrer Nachwuchsorganisation Junge Alternative, der rechtsextremen Szene und dem burschenschaftlichen Milieu. Flott auf die Castella Kaiserbrücke Die Kaiserspindel soll das Radfahrern zwischen Wiesbaden und Mainz erleichtern. Radweg und Kaiserspindel sind zwei verschiedene Projekte. Bei der Spindel fühlt sich die Stadt terminlich den Mainzern verpflichtet. Sie wollen an ihrem Kopf der Kaiserbrücke auf der anderen Rhein-Rhein-Seite ein korrespondierendes Bauwerk errichten. In Mainz wird es anders ausgeführt als in Castell. Hier ist von einem wendelförmigen Bauwerk die Rede. Wie auf einer Spirale würde der Weg nach oben führen. Ob Wiesbaden oder Mainz, beide Projekte sollen zur gleichen Zeit umgesetzt werden. Daran arbeiteten beide Städte gemeinsam. Unterschiedliche Wege gingen beide Städte bei den Entwürfen für die Bauten. Während die Mainzer die Sieger in einem Architektenwettbewerb ermittelten, gab Wiesbaden einem Planungsbüro den Auftrag. Beschrieben wird der Entwurf als spiralförmige Konstruktion mit 20 Meter Durchmesser und einer zusätzlichen Treppe in der Mitte. Baubeginn soll Mitte 2024 sein. Am Montag hat die Ansiedlung des US-Pharmaunternehmens Ilililli in Alzey offiziell begonnen. Viel Politprominenz hatte sich zum symbolischen Spatenstich angesagt. Unter anderem waren Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer unter den Gästen. Das US-Pharmaunternehmen Ilililli baut seine neue Anlage im neuen Gewerbegebiet von Alzey auf einem 30 Hektar großen Gelände. 2,3 Milliarden Euro investiert der Konzern in eine neue, moderne, CO2-neutrale Produktionsstätte, in der Medizin gegen Diabetes und Adipositas hergestellt werden soll. Bundeskanzler Olaf Scholz erteilt Forderungen nach Rentenkürzungen eine klare Absage. Bei einem Besuch bei der VRM in Mainz sprach er gestern über die Bedeutung eines stabilen Rentenniveaus. Trotz Kritik aus Wirtschaftskreisen verteidigt er die Leistung seiner Regierung, insbesondere in der Bewältigung der Energiekrise und beim Ausbau erneuerbarer Energien. Scholz sieht Kommunikationsfehler als Ursache für das schlechte Image der Ampel. Beim Besuch in Alzey, wo Ilililli einen Milliardenbetrag in neue Arbeitsplätze investiert, unterstreicht er, wie wichtig es sei, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. Zur Wehrpflicht erklärt Scholz, dass eine Rückkehr zu einer Wehrpflichtarmee unrealistisch sei und betonte die Notwendigkeit, Berufssoldaten zu rekrutieren. Er sprach auch über den Verlust des Sicherheitsgefühls in Europa durch Russlands Angriff auf die Ukraine und erwähnte die Zeitenwende inklusive Sondervermögen für die Bundeswehr. Die SPD gibt in der kommenden Woche ihre Kandidaten für die Kommunalwahl bekannt. Auf Platz 17 soll Innenminister Michael Ebling stehen. Daniela Gönner, zuvor auf Platz 17, ist von ihrer Kandidatur zurückgetreten. Sie soll im Verdacht stehen, Spendengelder als Vorsitzende von Mombach hilft veruntreut zu haben. Die ÖDP sieht jedoch in Eblings Aufstellung ein Konflikt zwischen seinem Amt als Innenminister und dem Mandat im Stadtrat. Die Freien Wähler finden eine Kandidatur Eblings moralisch und juristisch sehr fragwürdig. Die SPD hat bereits eine Kandidatur Eblings geprüft. Dieser steht rechtlich nichts entgegen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de